Ihr Fahrzeug ist mit Apple CarPlay und Android Auto ausgestattet. Ihr Prinzip besteht darin, auf Ihrem Multimedia-Bildschirm von den Hauptfunktionen Ihres Smartphones zu profitieren. Verbinden Sie einfach Ihr Smartphone mit Ihrem USB-C-Kabel, um entweder den Apple-Kable-Modus auf einem iPhone oder den Android-Auto-Modus auf Android-Smartphones zu aktivieren. Sobald der Modus vom Benutzer validiert wurde, können Sie die verschiedenen grundlegenden Apps auf dem Smartphone finden. Mit der Replikation können Sie auch Ihre bevorzugten Apps verwenden, um Ihre Routen zu planen. Dazu zählen unter anderem WAZE, Google Maps und Plan. WDR 2 WDR 3 WDR 3 WDR 4 WDR 3 WDR 3 Untertitelung des ZDF, 2020